Musik Ja, hallo und hallöchen meine lieben Freunde Und damit habe ich heute noch eine Folge von Legend of Zelda, weiter bis ins AD begrüßen Wir machen jetzt so weiter, wie wir in der letzten Folge aufgehört haben Mit Schnetzeln und Töten Wir brauchen anscheinend Ich weiß nicht genau, was wir brauchen Ich habe hier Warte mal Ah Ich muss einfach dagegen laufen, damit das Auf geht Oh, es ist hier so schön ruhig Hallo Wildschwein Wenn eine Zwischensequenz kommt, passiert da bestimmt irgendwas Sage ich ja Da ist was Etwas hässliches Du siehst aber nicht wirklich fruchteinflößend Das arme Schweini Ich mach einfach blank ziehen Aua Warte, warte Ich muss bei dem definitiv blank ziehen anwenden Steck dein Schwert weg Fuck Wah Okay, wieder blank ziehen Fuck Ich war zu weit weg Dammit Ja Gut, dass ich diese okkulte Kunst gerade bei Dabi erlernt habe Gott sei Dank Fuck Zu weit weg Nice und Tod ist er Hahaha Danke Dabi Vielen Dank Mein lieber Bruder Gott, du bist besiegt Sie ist ein Du bist besiegt, Mann Sie ist ein Dann schlepp dich halt weg Du bist trotzdem besiegt Bleibt das offen? Das wäre Als ob das jetzt anfängt zu brennen Okay Wir müssen hier raus Und zwar schnell Leute Das ist sehr unentspannt Ich wäre jetzt normalerweise nicht als Wolf rausgegangen Aber ich denke Wir sollten eher das Wildschwein nehmen Okay Und zwar schnell Sport Alter Lauf Okay Ich muss hier irgendwas drücken Okay Oh Und ich hab die Stoppuhr nicht gestartet Toll Ähm Chat Weiß alle von euch Wie lange ich schon aufnehme? Wenn ja, dann schreibt Das wäre voll gut Okay Ich werde hier definitiv Den nicht mehr brauchen Wenn ihr wisst Wie lange ich ungefähr aufnehme Wäre es voll cool Wenn ihr mir das kurz In den Chat schreiben Schreiben könntet Das wäre echt nett Ähm Okay Hier ist nochmal so ein Vieh Das ist mir aber egal Gehen wir hier einfach mal rein Äh Das stimmt definitiv nicht Ja ne Ich meine jetzt nur die eine Die erste Die eine Folge gerade Das ist ein neuer Dungeon Dungeon Da muss ich bestimmt als Mensch hin Also ich meine jetzt nur diese Folge Die ich jetzt gerade angefangen habe Nur die Ja ich weiß Ich meinte aber nur die Folge Die ich jetzt gerade aufnehme Wir sind übrigens in der Wüstenburg Das ist doch Ist das ist Nö ja gut Dann muss ich halt schätzen Ich muss hier bestimmt als Mensch Oder Ist das Ist das kein Wolfs Dungeon Ja okay Ich sehe es ein Es ist kein Wolfs Dungeon Sorry Ich muss es halt einfach einsehen Dass ich hier leider nicht als Wolf rumlaufen kann Versinke ich hier eigentlich Ja ne Sollte eventuell etwas aufpassen Oh mein Gott Gegner Gegner Link geht er hoch Okay jetzt höre ich die Gegner Kommt her Ich bin bereit für euch Ich habe das Master Sword Wie komme ich hier durch Das Zeichen von Highwood ist hier drauf Okay Geh mal hier rüber Oh Gott Miniskelette Irgendwie erputzig Aha I see Hier ist ein Ist das ein Schalter Das ist ein Schalter Ach warte mal Das müsst ihr bestimmt mit dem Greifhaken machen Oder Moment Greifhaken Komm zu Papa What The fuck Ähm Du nervst Muss ich das noch weiterziehen Ich habe keine Ahnung Wie war ich das ziehen muss Oder whatever Oder ich ziehe einfach selbst daran Wie wer ist denn damit Alter Das versinken nervt ein bisschen Ich brauche einen Schlüssel Habe ich schon einen Zählt der von vorher noch mit Nein Den habe ich auch benutzt Gibt es hin Dass der nicht mehr mitzählt Okay Was auch immer das ist Ich würde es gerne mal auffüllen Was ist denn das Irgendwas gelbes Bestimmt Urin Oder Lampenöl Das kann natürlich auch sein Gut Das heißt Dass der Dungeon her Ein bisschen dunkel wird Denke ich mal Oh guck mal Nicht Ruhe Das ist bestimmt Keine Falle Nein 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 Bestimmt ist das Keine Falle Bestimmt nicht Bestimmt wird Hier jetzt keine Ich hasse es Wenn viele Viecher Auf einem Fleck sind Ich hasse sowas Oh mein Gott Geht weg Geht weg Geht weg Das macht mich total nervös Oh nee Och nee Okay Ähm Ich weiß nicht Ob ich den Greifwagen Wo wir genau das hier nehmen Und die Greifwagen Oder Einmal so Okay Ach nein Skelette Oh mein Gott Leute Oh Hilfe Alter 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 Hörgata 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 Bionomata Hörgata Was muss ich nicht hier tun Achso Okay Ah Ah Das Ding ist auf Skelette Treib Sand Geht er raus Leg Es war zu lang Gut Ich mag diesen Tempel nicht Tschüss Okay Was kommt hier Ich mag Muss ich da Da ist es nicht zu machen Alles klar Oh cool Wir dürfen das als Wolf machen Geil Ah hey Das sind doch Das sind doch Die Geister aus Ocarina of Time Bestimmt Die waren auch Unsichtbar Im War das nicht sogar der Geistertempel Oder war das der Erdtempel Ich weiß nicht mehr Ähm Was macht ihr da Nein Ihr Huresöhne Okay Okay Ja das sind die aus Ocarina of Time Wenn ich die als Wolf kill Müsse ich die doch sehen können Oder Okay tue ich nicht Dachte ich mir Ne dachte ich mir eigentlich nicht Hallo Hallo Ich habe irgendwann ein schlechtes Gefühl Bring diesen Kampf lieber schnell hinter dich Achso Mit Menschenhagen kannst du dir ja gar nicht sehen Versuch es doch mal mit dem Gespür Achso ja Ich hätte vielleicht mein Gespür anmachen sollen Ich sollte mich schämen Dass ich jetzt Wolf Alter Ich sollte mich echt schämen Alter Boah 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 Also an deiner Stelle würde ich viel Also ich bin ja eigentlich Nicht so der Typ der sagt Schönheitsoperationen Aber An deiner Stelle würde ich es mir vielleicht doch mal überlegen Weil Oh mein Gott Hast du dich mal angesehen Du bist echt nicht Ne Na fuck Nimm die Seele Alter Vater Junge Junge bist du hässlich Gott sei Dank bist du tot Also doppelt tot Keine Ahnung Alter Gott ist das hässlich gewesen Gitt Gar abstoßend Schnüffeln Ah Geruch von Ilia vergessen Und neuen Geruch merken Ja Geruch der geistig gewittert Ruff Ich muss da rum Ah Oh jetzt können wir Mensch und Wolf mischen Ja Oh Wie geil Ruff 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 Ich höre schon auf mit dem Wolfs Commentary Sorry Man muss das einfach sein だüber kommt es mich einfach Ach, da kommt der Wolf in mir durch. Warte mal. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein, hier ist leer sonst. Ach, wenn mir die Säule hier ein bisschen suspekt vorkommt. Aber naja. Lass wieder Wolf werden. Wir spüren. Ich glaube, wir müssen oben durch. Waff! Aber es muss ja einen Grund geben, dass hier unten auf ist, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Es muss ja einen Grund geben dafür. Riesenratten! Schmeckt nicht gut. Alter, warte mal. Ich muss mich mal eben hier in den Ratten entledigen. Verstehe ich es richtig, dass er dann hier hin und einer ist hier hin? Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für. Hier können wir nicht wühlen, aber hier kriegen gerade irgendwas anderes. Konnte ich gerade nicht irgendwo wühlen oder so? Ach, fassen. Ja gut, okay. Brauchen wir nicht. Ähm. Gucken wir nochmal woanders. Waff! Da drüben nämlich. Waff! Waff! Wir brauchen nämlich einen Schlüssel. Waff! Ach ja. Oh je. Ist das schon... Lass hier mal als Mensch rumlaufen. Ähm. Ja. Komm her. Hey, bleib hier! Ich kenn die irgendwoher. Weiß nicht mehr woher, aber irgendwoher kenn ich die, glaube ich. Hier ist bestimmt ein Schlüssel drin. Schieben. Äh. Schieben. Ziehen. Als Wolf. Nein. Auch nicht als Wolf. Ähm. Kommen wir da von der anderen Seite auch hin. Hier ist der Treibsand des Todes. Wir können es als Mensch und sowohl auch als Wolf nicht schieben. Oder? Nee. Habe ich irgendwas übersehen? Wir probieren, dass es noch eben einmal und dann beende ich die Folge. Schon wieder, aber... Greif das mal. Okay. Wollen wir in der nächsten Folge gucken, weil ich bin gerade überfordert. Ja gut. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr gerne mal nach oben und in die Kommentare freuen. Link zur ersten Folge und Supplier ist jetzt praktisch unten in der Beschreibung. Und nach alle Social Media Links. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was geht es noch zu sagen? Außer Tschüss. Shall Mine belonged? Sch 뭐 die Details. Tschüss. 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 מן Naz ию Schussscha Schusscha